Hallo, mein Name ist Jula Neubacher. Ich darf dir heute was zu Vertikalspringen zeigen, die du super von zu Hause aus machen kannst, und zwar Übungen vom Anfänger bis zum Vorgeschrittenen. Die erste Übung ist mit einem Seil. Einfach klassisches Seilspringen. Hierbei wichtig die Ellbogen zum Körper und wir legen los. Sehr schön, erste Übung geschafft. Die zweite Übung, die du super machen kannst, ist ein Hüppelmann. Wir fangen oben an. Und zur Seite. Schön die Arme nach oben und nach unten. Genau. Wenn du schon etwas Fortgeschrittener bist, dann kannst du Sternsprünge machen, also Starjumps. Die sehen so aus, du gehst nach unten und dann springst du einen Stern. Nach unten gehen. Das nächste sind Vertikalsprünge nach oben, die super für die Sprungkraftverbesserung geeignet sind. Und zwar, wir gehen nach unten und springen, so hoch wir können, nach oben. Hierbei gibt es auch noch verschiedenste Varianten, wie man die noch steigern kann, aber das ist mal die Basis. Und die letzte Übung, die wir machen, sind Liegestützsprünge, sogenannte Purpees, die du auch ein bisschen abwandeln kannst. Ich zeige euch mal die leichtere Version. Und zwar, wir gehen nach unten und springen. Die, die, die das schon können und geübt sind, können gerne auch wirklich sich nach vorne fallen lassen. Und hoch. Okay. Wir haben es geschafft. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren und schönen Tag. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren und schönen Tag.